Willkommen zu einem neuen Video. In unserem Gästezimmer. Man wollte unbedingt dazu sagen, ist das Gästezimmer nicht, dass die Leute haben, das ist unser Wohnzimmer. Also wie ihr leicht erkennen könnt, haben wir uns entschieden. Und zwar für E-Fahrräder, Falträder. Die Firma MyVelo hat bei uns den Zuschlag bekommen und zwar aus mehreren Gründen. Wir haben sich zuerst 30, 40 E-Falträder angesehen. Da möchte ich noch gleich kurz einwenden. Das ist eine unbezahlte Werbung. Wir haben nichts bekommen. Wir haben die Fahrräder selber bezahlt. Aber natürlich, indem wir euch darüber erzählen, ist es eine Werbung. Wir haben sich 40 bis 50 Fahrräder angesehen. Warum haben wir sich für Velo entschieden? Wir haben gefunden, dass Preis-Leistung einmal sehr, sehr gut ist. Logischerweise sagt das ja jeder, weil sonst hätte er es ja nicht gekauft. Aber wir wollten Stoßdämpfer haben. Vorne an der Gabel, am Sitz. Wir wollten Shimano Komplettset haben. Wir wollten Nabenmotoren haben. Und das Ganze etwas hochwertiger, weil man kriegt es ja zu einem günstigeren Preis auch diese Artikel. Jetzt zeigen wir euch einmal, wie die zwei Dinge gekommen sind. Wir haben uns, darf ich noch ganz kurz, wir haben uns auch wirklich im hochpreisigen Bereich angeschaut. Ich weiß nicht, willst du den Preis dann wahrscheinlich erst nachher nennen oder jetzt schon? Nein, kannst du wirklich nennen. Genau. Also der Preis pro Rat, glaube ich, war jetzt 2.200 Euro samt Tasche und Zubehör. Ich glaube, vom Messepreis her haben wir ein bisschen günstiger den Preis bekommen. Das blende ich euch dann auch ein. Der Daniel von MyVelo, der uns das damals auf der Messe auch vorgestellt und gezeigt hat, hat uns auch gesagt, dass man diesen Preis auch bis zum Jahresende bekommen wird. Also falls es euch dann interessiert oder wie auch immer, dann wendet es euch an den Daniel und schreibt gerne rein, dass er uns das auf der Messe gesagt hatte, dass dieser Preis noch länger alt ist. Aber wie gesagt, wir bekommen nichts dafür, auch nicht, wenn ihr euch was kauft. Wir machen jetzt hier einmal ein Unboxing, sind damals auf der Messe schon damit gefahren und werden natürlich jetzt dann es auch ein bisschen probieren. Und gerne können wir dann vielleicht einmal nach einem halben Jahr oder wie auch immer dann vielleicht einen Bericht geben, wie es uns dann nach einem halben Jahr geht. Wenn es euch interessiert. Wenn es euch interessiert, dann schreibt es uns dann bitte gerne in die Kommentare. Dann wissen wir, es besteht ein Interesse und dann machen wir uns gerne die Mühe und machen ein Video dazu. So, ich packe einmal aus, was alles da drinnen ist. Zuerst einmal war das so ein Mehrzweckwerkzeug, da wir ja zwei Räder bestellt haben, haben wir es zweimal gekriegt. Wir sind ja in Österreich zu Hause, noch ganz kurz vielleicht, Mai Velo sitzt in Deutschland. Das ist eine deutsche Firma. Zwei junge Unternehmer, die darauf Wert legen, dass ihre Räder nicht nur günstig sind, sondern auch wirklich gute Teile verbaut haben. Also richtig massive Teile. Das war auch eine unserer ausschlaggebenden Sachen. Hier, wenn man da so schaut, das sind... Genau. Die Bestellung und die Lieferung, das hat schon einmal ganz gut geklappt, nachdem wir den Preis überwiesen haben an Mai Velo für die Fahrräder, ist dann ziemlich bald. Ich glaube, binnen zehn Tage haben wir dann auch schon die Bestellung erhalten von der Spedition. Man hat einen Link bekommen, man hat immer gewusst, wie weit ist ungefähr der Status und die Spedition hat direkt bis zu unserer Haustüre eigentlich zugestellt. So, packen wir das dann mal aus. Der Peter hat hier schon den Start. Ich glaube, es wäre ein Messer angebracht. Wie immer sind wir gut vorbereitet. Ja, ich bin vorbereitet. Alles da. Und das wollte ich gleich mal zeigen. Das ist eine der wichtigen Sachen, die uns wirklich interessiert haben. Das ist die Federung des Sitzes. Nicht irgendeinfach so eine Feder, sondern das hier ist die Federung. Die kann man dann auch noch einstellen aufs Gewicht, angeblich. Genau. Das werden wir dann noch testen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das Ding da aus dem ... Ich werde versuchen, das zu halten und zu filmen. Ihr seht's. Auch für ältere Herren. Relativ einfach ist es rauszubringen. Vom Gewicht her ist mein Akku doch so, dass er ein bisschen ein Gewicht auf die Waage bekommt. Es hat insgesamt mit Akku 23 Kilo. Weiter geht's. Man sieht schon, es ist an und für sich, glaube ich, alles ganz gut verpackt. Sehr gut verpackt. Sehr gut verpackt. Und trotzdem relativ leicht und einfach zu bedienen. Und aufpassen, dass ich weiß, wo ich da schneide. Nicht, dass ich den Stahlträger durchschneide. Mit der Schere. Mit der Unscharfe. Genau. So. Das ist der. Ja. Also wir werden im Bett jetzt einmal alles aufschneiden lassen. Ich glaube, das müssen wir jetzt mal nicht filmen. Ich mache hier einmal einen Karp. Und sobald es dann ans Zusammensetzen und Aufbauen geht, film ich weiter. Gut. Ja, hoffentlich bringst du es zusammen. Also die Plastikteile zu entfernen oder diese Plastikverpackungen, das war selbsterklärend. Also da haben wir jetzt keinen großen Gewinn daraus gewonnen. So. Jetzt praktisch hat der Peter das gelöst. Faltet es zusammen. Ein Kickverschluss. Fertig. Aha. Dürfen wir kurz noch den Kickverschluss sehen. War jetzt hier ganz einfach. So zum Ziehen und zum Aufmachen. Ja. Und wenn du es zu machst, brauchst du überhaupt nur zusammenklicken. Das war's. Ständer, damit mir das Rad steht. Dann kommt die Stange hier rein. Da macht man da zuerst vorher zu. Genauso. Hier war auch genauso ein Kickverschluss. Ihr seht schon, ich bin sehr geübt im Filmen. Was Unboxing betrifft. Aber ich tue mein Möglichstes. So, das muss ich zuerst aufmachen. Sonst kann man nicht rein. Aha. So. Drinnen. Kick. Fertig. Na bitte. Es fehlt noch. Was? Ein bisschen hoch ist es noch. Was fehlt noch? Weiß nicht. Der Sattel. Der Sattel. Kommt hier rein. Fertig. Der Peter hat sich ein weißes Rad bestellt, weil er ist ja weiß wie die Unschuld. Und ich habe mir ein schwarzes Rad bestellt. Schwarz wie meine Seele. Genau. Fertig. Hat gedauert für den ersten Versuch drei Minuten. Und das Rad ist fertig. Hier ist der Akku drinnen. Der ist hier noch geschützt mit einem Plastik. Hier hängt der Schlüssel. Ja. Zeigst du noch mal, wie man den Akku da vielleicht noch herausbekommt. So schalten wir rein. Da ist der Schlüssel, den muss ich da runter nehmen. Schere. Wo ist die Schere? Dann muss meine Frau wieder wegkommen. Gehe ich mal davon aus, ohne dass ich es weiß, dass man da rein muss. Und den Schlüssel umdreht, kickt der raus und der Akku ist heraus. Na bitte. Und das wunderbare ist, den kann man extra laden. Das ist einmal ganz wichtig. Der Akku lässt sich dann auch in die Wohnung oder ins Haus, je nachdem was man hat, mitnehmen. Man kann es dann dort laden und das Rad einfach in der Wohnmobilgarage lassen. Ja. Schlüssel drehen, zumachen, fertig. So. Einschalten. Ja, in diesem Sinne, das war das Unboxing unseres MyVelo. Berlin heißt das Modell. Moment. MyVelo hat auch noch einige andere Modelle, Fatbikes oder sonstiges. So. Wobei das hat uns am besten zugesagt. Jetzt möchte ich das einmal herzeigen. Schiefbeter, der Sattel. Das macht ja nichts. Ich würde nicht wegfahren. Ich würde nur was zeigen. Und zwar will ich zeigen, diese Federung. Ja? Genau. So. Wenn man sich auf das Rad drauf setzt, was jetzt hoch ist, federt es da hinten. Wo? Im unteren Sitz. Mein allerwertester. Das ist die Federung. Ja. Das sieht man schon wahnsinnig. Das ist eine hochwertige Federung. Genau. Die beste, die es im Moment am Markt gibt. Und das kann man vom Gewicht her einstellen, weil damit es beim Bier auch federt. Und hier wiederum, ja. Hier ist auch eine Feder, die kann man auf fest und leicht einstellen. Und das war uns ganz wichtig. Für jede Unterlage kannst du es dann einstellen. Für gerade Flächen auf fester. Ja. Bei schlechten Untergrund ein bisschen leichter. Die Räder sind 20 Zoll Reifen. Ja. Ich denke mir, das ist ein guter Kompromiss. Es ist sicher kein 24 oder 26 Zoll Reifen. Aber uns war wichtig, dass das nicht nur für den Weg zum Bäcker oder was auch immer bequem ist, sondern dass man damit auch ein bisschen eine kleinere Tour oder halt, wenn wir mit dem Wohnmobil eben unterwegs sind, größere Strecken überwinden können. Und hochwertiger Sattel aus Leder. Ja. Hochwertige Griffe aus Leder. Leder oder Kunstleder. Ja. Zur Schaltung hinzu. Einmal einschalten. Hier kann man alles ganz genau festhalten. Da sieht man jetzt die Batterie. Welcher, wieviel Kilometer, dass wir fahren. Hier ist die Anzeige logischerweise. Und da kann man dann hoch oder runter schalten, die Gänge. Ja. Zusätzlich hier die Glocke. Hier noch die Gänge von der Shimano Schaltung. Das kennt man eh. Hier rauf, hier runter. Hier rauf, hier runter. Und wirklich hochwertigst verarbeitet. Und das war uns ganz, ganz wichtig. Hast du schon gesagt, was so ein Rad kostet? Ich glaube, ich habe es eingangs gesagt. 2.200. Ich blende noch den genauen Preis ein. Für 2.200. Ein hochwertiges, wirkliches Rad ist sehr, sehr stabil. Man braucht sich nur da die Verschweißung anschauen. Den Rahmen kann man dann so nehmen hier. Wenn man sogar zusammengefaltet hat, hat man da sogar einen Träger. Was ist hinter dir? So viel Platz haben wir da nicht. Kann man sogar als älterer Herr, so wie ich, die Stiegen drauf tragen oder sonst wo. Ich als ältere Dame werde es wahrscheinlich nicht heben können. Aber der Peter wird dann beide tragen. Jetzt darf man es nochmal kurz zusammenfalten. Ja genau, zeige ich nochmal. Das ist einmal hier öffnen, Hebel in die Höhe, in die Höhe runter kippen. Dann kann man das Umkippen hier zuerst logischerweise aufmachen. Genau, Vorführeffekt. So, das kann man runterklappen, das kann man auch runterklappen. Man könnte es theoretisch, man könnte es theoretisch. Ich glaube, das bleibt drinnen, oder? Genau, das bleibt eigentlich drinnen. Bleiben wir runterklappen. Wo ist jetzt da? So gehört das. Na, nimm es noch einmal raus. So gehört das. Na, das geht ja viel leichter. So, so. Kann man runterklappen. Hier wieder öffnen, den Mechanismus nachfortschieben. Hier öffnen. Hier sind zwei Magnete, zwei starke Feder. Und hier wird das Rad zusammengeklappt. Da muss man, die Dräte kann man wegkippen. Fertig. Und da unten klappen die Magnete zusammen, oder? Genau. Hier klappen die Magnete zusammen. Das macht klacks. Und fertig ist das Ganze. Mhm. So, und so kann man das Rad auch wegtragen. Hat er übrigens eine Stütze noch, das ist auch noch ganz wichtig. Das war mir wichtig, dass es halbwegs vernünftig steht. Ja, genau da. Dann haben wir hier noch eine Stütze. Ja. So. Ja, wie wir es befestigen oder so, das müssen wir uns noch überlegen. Im Wohnmobil, das schauen wir uns jetzt an. Wir wollten es einmal hier vor Ort haben. Genau. Und dann schauen, wie wir es... Für das Ganze gibt es eben eine Tasche. Zeig mal die Tasche. Hier ist die Tasche dazu. Jeder sagt, na wofür brauche ich für eine Rallertasche. Wichtig ist es dann, wenn ich das Rad verschmutzt habe, es fängt zum Regnen an, ich möchte es schnell wieder verpacken, dann ist es natürlich sehr, sehr gut, damit ich mir nicht das ganze Wohnmobil nass mache und schmutzig mache, dass ich das in die Tasche einpacke. Übrigens, die Tasche ist sehr, sehr groß. Also nicht so ganz eng, wie man von verschiedenen Zelten oder sonst wo kennt. Da hat man dann das Problem, dass man das in die Tasche nicht mehr reinkriegt, wenn man es einmal rausgenommen hat. Das ist hier nicht so. Hier kriegt man die wirklich ganz, ganz leicht rein. Man fährt drauf. Geht schon, geht schon. Warte, kannst du es nehmen? So. Warte drauf. Warte, das geht gerade auf. Ja, ja. Macht nichts. Kann man wieder zumachen. Kann man Knet doch nicht gehalten? Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Das hält schon. Ah, da blinkt man. Ich glaube, vielleicht sollte man das Rad abdrehen. Das ist jetzt nicht so wichtig. So. Ja, ihr seht, wir sind wie immer super vorbereitet. Na ist ja, das ist ja super vorbereitet. Schaut her, die Tasche ist wirklich groß genug, dass das Rad wirklich locker reinpasst. Kannst du mir da mal helfen, das halten? Ja. Hier. Und wenn man es so ist, wird man es wahrscheinlich auch alleine machen können. Kann man alleine machen, schau. Ja, da ist groß genug die Tasche, dass das wirklich schön reingeht, schön locker. Schaut's. Wenn du es auf einer Seite oder auf zwei Seiten auch hochziehen. Und du kannst das ganze Rad, wenn du mögst, am Berg auch aufgetragen. Viel Spaß. Viel Spaß. Na gut. Gewicht. Achso. Das ganze Velorad hat mit Akku 23 Kilo. MyVelo. MyVelo hat 23 Kilo. MyVelo Berlin. Der Akku, glaube ich, hat 2,5 Kilo. Schlagt es mir nicht ganz genau, muss ich erst nachlesen. Aber ich glaube, es gibt Technik 2,5 Kilo. Das finde ich mir, glaube ich, auf der MyVelo-Seite sehr gut. Wir hängen euch gerne die MyVelo-Seite unten in die Wiederbeschreibung. Das müssen wir, weil wegen dem Code. Wegen welchem Code? Womocamper dazuscheinend. Es gibt keinen Code von Womocamper. Wenn man denkt, bis zu Weihnachten. Nein. Das hat mit uns nichts zu tun. Also wegen Messepreis. Der Daniel hat gesagt, wenn ihr Bescheid sagt, dass ihr es auf der Messe gesehen habt, oder bei uns auf der Messe, dann kriegt ihr den Preis noch. Ihr braucht kein Womocamper, gar nichts. Wir kriegen nichts dafür, außer vielleicht von euch ein Like. Unbedingt. Ja. Bitte, bitte ein Abo. Es kostet euch nichts und hilft unseren Kanal besser zu verbreiten. Und für unsere Mühe, dass wir sie... Das ist ein Lohn. Ein Lohn für unsere Mühe, dass wir immer diese Videos machen. Die wir gerne machen. Die wir gerne machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt gern was in die Kommentare, das freut uns auch immer. Ja. Genau. Und nicht vergessen, ein Like hier zu lassen. Tschüss mit euch. Und ciao mit euch. Eure Womocamper. Eure Womocamper. Mittlerweile haben wir das zweite ausgepackt. Wie gesagt, schwarz. Wie die Seele von der Sigrid. Vergesst nicht, ein Like hier zu lassen. Streetcar catch up und abonnieren. Das ist das neue Wäsche, aber ich werde ihn nie lernen.